Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archi Gaming für Loflap Start. Heute mit dem neuen EAFC Content ist Montag, es ist kurz nach 19 Uhr und wir haben Player Pick Time. Neu am Start, die einen Abschluss Player Pick SBC, wir haben die sechsten Abschluss Player Pick SBC und als Spieler Timo Werner. Wir gucken uns alles Neues in die EAFC heute hier in diesem Video an. Natürlich legen wir den Fokus auf die Player Picks, gehen im Endeffekt in unendlich von diesen Player Picks rein. Freue ich mich schon sehr drauf und stellen uns die Frage, top oder doch, er floppt. Wir besquatschen alles Neues in die EAFC und damit let's go und rein ins Video. Also auch heute lohnt es sich wieder, auf jeden Fall bis zu euch dran zu bleiben Freunde und drückt auf jeden Fall schon mal ordentlich die Daumen. Bevor wir rein starten, jetzt haben wir meine Stimme, ich bin immer noch angeschlagen und wenn ihr das Ganze feiert, dass ich trotzdem für euch daily am Start bin, hier auf dem Channel Friends, dann nehme ich euch für kurz die 1 Sekunde Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, 300 Likes, gib euch das Likes hier raus, lasst es sich auch so schnell wirklich voll machen. Dann können wir gerne für den Eigeros auch Kommentare hinterlassen und nicht vergessen, kostenlos noch gerne die Glocke zu aktivieren. Und damit schauen wir uns den neuen Content an, bevor wir uns Werner anschauen und die 2 Player Picks, also sprich 6 Nachschluss Player Pick und 1 Nachschluss Player Pick. Der Daily Reminder, ich hab's vorhin schon, da hatte ich noch nicht aufgenommen, ready gemacht und zwar den Bronzespiel abzugeben. Die Tagesanwälte Upgrade SBC, ich hab euch versprochen, da euch daily dran zu erinnern, bitte die Tagesanwälte Upgrade SBC. Bitte, bitte, bitte nicht vergessen. Macht es, ja, für das 3 Nachschluss Player Pick, aber eben auch für die weiteren Ziele. Man vergisst es relativ schnell, Bronzespieler bitte abgeben, Friends. Wichtig, die SBC läuft noch 2 Tage. Und dann kommen wir zu den neuen Player Pick SBCs, zu den generellen neuen SBCs und anfangen will ich mit euch mit der 1.80 Plus Player Pick SBC. Wir haben die letzten Tage immer viel darüber diskutiert, was ist besser. 2 Nachschluss Player Pick, 1 Nachschluss Player Pick. Wir haben jetzt den 1 Nachschluss Player Pick wieder unendlich am Start und Achtung, wir haben 4 zur Auswahl, nicht 3. 4 sind in dem Player Pick zur Auswahl, unendlich wiederholbar, eine Woche am Start und abgeben. Wir kennen das, mehr oder weniger schon, sind es 3 seltene, die wir abgeben müssen. Insgesamt 8 Spieler von der Anzahl her und natürlich Goldkarten. Und ich weiß, und ich kann es auch teilweise verstehen, dass manche Leute sagen, ey ganz ehrlich, 3 seltene Goldkarten sind einfach too much für diese SBC. Nichtsdestotrotz, mit dem Wissen, wie viele Special Karten aktuell am Start sind, mit dem Wissen, wie leicht das Grinden und Craften ist, kann ich euch eins sagen, Freunde. Das ist eine Top und es bleibt eine Top SBC. Also nicht nur, dass jede Woche, wenn die 2 Nachschluss Player Pick SBC Top SBC ist, nein, Player Pick allgemein zum Footies und das wird, ob Team 3, Team 4, Team 5, was auch alles kommen wird, es wird so bleiben. Player Pick Time, Freunde, damit kann man eigentlich nie was falsch machen, auch wenn es jetzt hier 3 seltene sind, 8 Spieler von der Anzahl her. Ja, bitte nicht vergessen und ich hoffe, das werden wir gleich in den Player Pick sehen, es sind 4 zu Auswahl und lasst euch auf jeden Fall nochmal im Kopf sehen, wie viele Special Karten wir aktuell am Start haben. Also das wird auf jeden Fall nice sein. Nach wie vor zum Grinden, zum Craften, 5 mal am Tag machbar, die 4 nach Spazierer und eben heute neu auch am Start die 86 plus Player Pick SBC. Da wieder 3 zur Auswahl und auch hier 3 mal wiederholbar pro Tag. Also das ist nicht unendlich wieder da und auch nicht eine Woche. Ihr seht es, 3 Tage läuft diese SBC. Ja, das ist wichtig zu wissen. Das ist wichtig zu wissen, denn da kann man reingehen, muss man aber nicht. Ihr könnt auch always kompletten Fokus auf die 1 Nachschluss Player Pick SBC legen. Wir müssen abgeben, 85er Current Squad insgesamt, die kann man dann auch wieder durch den 1 Nachschluss Player Pick wunderbar craften. Ja, und eben 6 Nachschluss Player Pick ready machen, wenn man das denn will. Ja, also es wird immer im leichtesten Sinn machen, die 1 Nachschluss Player Pick SBC auf jeden Fall zu machen. Und quasi als kleines Goodie, als Alternativ oder Accessoire oder nicht, wie ihr es wollt, ist sozusagen jetzt hier die 6 Nachschluss Player Pick SBC am Start. Da hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, die 5 Nachschluss Player Pick oder die Woche davor und so weiter und so fort. Ja, so, das zu den Player Picks, die 2 Neuen am Start und dann nochmal Timo Werner. Ja, 97er Version, es war klar, dass irgendwann eine Footies Werner Karte kommt, jetzt ist sie da. Als SPC und ich bin erstmal vorweg extrem überrascht, dass es nur als Premier League Deutschland Spieler, dass es wirklich nur 4 Segmente sind. Für 2 Wochen Zeit. Footies Timo Werner. Über was sprechen wir? Gucken wir uns die Karte an, fangen direkt bei den Spielszenen an. Denn, das ist vielleicht schon mal ein L, wo wir auch schon oft drüber diskutiert haben. Ja, auch er hat Power Schuss als Playstyle Plus. Den wahrscheinlich unnötigsten Playstyle Plus, den es überhaupt generell gibt und den so viele am Start haben. Technik haben wir dann, Raserei und First Touch. Das ist auch sehr interessant, vor allem gleich in Bezug auf die Stats. Dass er eben bei der Ballkontrolle 3 Plays als Platz hat. 90 Spiele sind Spiele insgesamt. Und dann haben wir hier Dribbling-Pack 96. Merken, Freunde. 99er Reaktion, 97 Ballkontrolle. Passspiel, sehr ausgeglichen. Schuss, wow. 99 Stellungsspiel, 95 Abschluss, 99 Schusskraft, 93 Weitschüsse, 99 Volleys, 95 Elfmeter. Tempo 99 Antritt, 99 Sprinttempo. So, dass wir das was versehen wollen. Achtung, Kopfballpräzision 99, Sprungkraft 99, Ausdauer ebenfalls 99. Also ein paar geile 99er Stats und wichtige 99er Stats sind am Start. Stellungsspiel, Schusskraft, Volleys, die da zukommen. Dann kurzer Pass, auch dabei. 98 Efi, 99 Reaktion, wie eben er wirkt. Also sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Karte. Und das einzige kleine Minus, wenn wir denn so wollen, ist vielleicht hier, dass die alternativen Positionen fehlen. Es ist nur Stürmer und MS, die Positionen, die hier angegeben sind, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber für Spurs, Premier League, Deutschland League, übrigens eine normale Footies-Karte, kann man nicht meckern. Also kann man wirklich nicht meckern. Vier Sterne, Vier Sterne ist das eine Karte mit neun Sternen, Hochmittelarbeitsraten. So, und jetzt kommt es. Eben vier Segmente nur. 88er mit Tots, T-O-T-Week, 89er mit Premier League-Spieler, 90er ohne weitere Bedingungen und 91er ohne weitere Bedingungen. Wir bekommen kleine Final Packs zurück, wie wir es kennen. Und insgesamt eine gute SPC. Insgesamt eine gute SPC. Klar, da stellt sich ja noch immer die Frage, nach den Alternativen, hey, gehe ich da rein, gehe ich da nicht rein? Wie sieht es generell aus? Habe ich Werner gespielt? Aber, Freunde, wie oft habt ihr Werner gespielt? Werner, als die SPC damals rauskam, wow, diese Live-Karte, ja, jetzt geupgradet hat. Und das ist einfach jetzt nochmal quasi perfekt, ja. Also, was sollen wir dagegen sagen? Preis, Leistung stimmt hier komplett. Das Grinden, das Craften kann jetzt wieder richtig losgehen. Klar, jetzt haben wir keine zwei Acht-Plus-Player-Picks, aber ein Acht-Plus-Player-Picks. Meiner Meinung nach gibt es da wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts bei dieser Werner SPC. Die ist für mich ein dickes Muss, Punktende aus Mickey Mouse, ja. Die ist für mich ein dickes Muss, in diese SPC reizugehen. Apropos Muss und Reingehen, Friends. Ich hoffe, ihr habt es gemacht, ihr habt es nicht hoffentlich vergessen, Friends. Rush. Es lief die Übertragung, wir mussten drei Minuten wieder diese Deep-Dive-Rush-Übertragung gucken. Die waren heute am Stüssel, ja. Und das Primo-Gold-Roll-Pack bekommen wir dafür zurück. Die Frage habe ich immer auch bekommen, Flo, ich habe das connected, aber wohle ich denn meine Rewards ab? Bei YouTube muss man nicht wie bei Twitch deine Rewards abholen, Friends. Das wird dir einfach hier auf dem Account irgendwann gut geschrieben. Log dich aus an der Konsole, log dich mal wieder ein in Ultimate Team und dann ist es innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall am Start. In meinem Fall jetzt auch, ihr seht es, bei mir hat es wieder geklappt. Zweimal jetzt und zweimal am 2. August und 7. August müssen wir das ganze Ding auch machen. Für dann den Einzel-Draft-Token. Wie gesagt, das sind nur kleine Packs, Freunde. Müsst ihr ja auch nicht unbedingt machen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Und wichtig, und das ist wirklich wichtig, ist aber jetzt heute hier, Friends, mal wieder, wie auch letzte Woche, quasi das 4x10er-Pack for free. Ich habe es eben erwähnt, Bronsenspiele abgeben, deshalb auch heute extrem wichtig. Denn wenn ihr jetzt jeden Tag eben diesen Reward mitgenommen habt oder den Bronsenspiel abgegeben habt, dann habt ihr es jetzt fünfmal schon gemacht. Wie gesagt, die SBC läuft noch, zwei beziehungsweise drei Tage, ja. Und dann haben wir hier zwei Packs, die wir heute mitnehmen. 3.8x5er-Pack, das 3.8x2-Pack in der SBC selber und das 4.8x10er-Pack quasi for free. Sehr, sehr geile Geschichte, Friends. Also da nicht vergessen, den Bronsenspieler abzugeben. Sonst haben wir generell heute nichts Neues in den Zielen am Start. Und wir haben auch heute keine neue Evolution, keine neue Objectives, tatsächlich haben die drei SBCs. Kommen wir also gleich zu den Player Picks. Gucken wir uns gleich noch Werner kurz über Footbin an. Ja, und dann ist es einfach Player Picks, Player Picks, nochmal Player Picks. So, machen wir kurz den kleinen Abstecher und zwar zu Footbin. Ihr seht schon, die 92er-Version-Karte neben der neuen Footies-Version. Und wir gucken mal gemeinsam auf den SBC-Überblick. Also, wie eben erwähnt, ein Abstecher-Spieler-Pick und sechs Abstecher-Spieler-Pick. SBC ist da, kommt das wieder negativ an. Ja, wir wissen es, wie gesagt. Man kann darüber diskutieren. Ja, ich meine, wir haben jetzt wirklich den neuen 27. Wieso haut ihr eh nicht einfach eine SBC raus mit? Einem oder mit wieder zwei seltenen. Ja, oder machen sie gleich oder ähnlich? Wenn man sieht, okay, was haben wir für das 92er gebraucht? Das Ganze jetzt hier nochmal gleichsetzen. Also, wie gesagt, letzte Woche hatten wir den am Start und da waren es eben dann zwei seltene und acht Spieler. Für den einen Player-Pick mehr müssen wir jetzt eben ein seltenen mehr abgeben. Ist es gerechtfertigt oder nicht? Obwohl es eben ein Ratingpunkt niedriger ist. Ich finde, den Pick mehr zu haben ist auf jeden Fall mehr wert als quasi höher Rating. Ich habe damit kein Problem, sage ich euch ehrlich. Ja, und Timo Werner, kurz an 19 Uhr wohlgemerkt, bei Rodebot 300k, wie gesagt, preistig ist die SBC mehr als top. Und ihr könnt ja auch, und das kommt dazu, die Timo Werner Karte theoretisch, ja, wenn ihr die Antrailer am Start habt, abgeben als SBC vor der 92er Version. Würde ich jetzt nicht machen an der Stelle, ja. Weil vielleicht brauchst du ihn irgendwann mal für einen Cup wieder und bist froh, wenn du sie am Start hast. Aber so könnte man den Preis drücken, im Endeffekt, ja. Aber 92er sind aktuell so viele zu ziehen. Gib lieber einen anderen 92er ab als Werner. Aber ich weiß, dass viele darüber jetzt wahrscheinlich schon nachdenken. Also, was direkt schon mal auffällt, natürlich die Playstyles, ja. Playstyle Plus, Powershot, wir haben doch beim letzten Mal schon darüber gequatscht. Powershot auch mehr natürlich, ähm, Chipshot. Und dass er jetzt hier vier hat, ist natürlich auf jeden Fall sehr nice. Vielleicht sogar die besseren Playstyles dahinter, ja. Das können wir vielleicht an der Stelle auf jeden Fall sagen. Nach wie vor, hier ist linker Flügel mit dabei. Vier Sterne, fünf Sterne, haben wir schon drüber gequatscht. Auch eher neun Sterne am Start. So, dann reden wir noch über die Stats. Ein Pace-Unterschied. Pace hat er schon immer am Start gehabt. Fünf schießen, sechs passen, fünf Dribbling, sieben Dev, fünf Physis. Und da muss man sich fragen, ist es, dieses Upgrade, einem das ganze wert, ja. Und, äh, ich finde, an der Stelle muss ich das mit Ja machen würden. Also, wie gesagt, Preis-Leistung stimmt bei der SPC. Ähm, wäre, haben wir in so vielen Squads gesehen. Und man wäre bescheuert, man wäre doch blöd, wenn man die nicht einfach sich mitnimmt, ja. Innerhalb der zwei Wochen. Also, da ist es easy, diese ganzen Ratings, diese SPC abzuschließen. Wir machen den Anfang und zwar mit 50, 81 plus Player-Picks. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ein 6er plus Player-Pick ist wohl auch mit dabei. Und dann fangen wir damit schon mal an. Und ein guter Punkt hier auch schon mal in Twitch ist gerade gekommen. Die Tatsache, dass wir ja jetzt auch die Crafting-Geschichte am Start haben, 77 mal 5 war. Und dadurch wird tendenziell, haben wir schon 91 auf der Versi, die seltenen eigentlich hinterhergeworfen bekommen. Ja, ich habe das schon häufig gesagt, Friends. Ähm, auch in den Zielen. Wir bekommen so viele Packs, Rating-Packs, äh, Free-Packs fürs Tagesspiel. Drei Games einfach zocken. Wir bekommen selten hinterhergeschmissen. Ja, ähm, und, und da muss man einfach, wie gesagt, das Craften, das Grinden. Ich habe schon mal ein explizites Video dazu gemacht. Man muss es, man muss sich heranhalten. Ja, irgendwie No Man Left Behind kann man machen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr irgendwann zu wenig selten haben solltet, ja, und irgendwann da steht und sagt, ja, jetzt, jetzt kann ich hier, jetzt muss ich hier aufhören. Das macht das Craften keinen Sinn mehr. Dann macht ihr doch tendenziell eher was falsch, ja. Also, wie gesagt, wenn es gesundheitlich mir jetzt nicht so schlecht gehen würde, hätte ich schon links wieder so ein neues Crafting-Update-Video gemacht. Hätte ich extrem Bock drauf, ähm, um euch zu zeigen, wie funktioniert das Grinden, Schrägschicht-Craften, aktuell eigentlich, äh, was ist das, was am meisten Sinn macht. Äh, aktuell jetzt auch mit der neuen Ein-Anschluss-Play-Pick-SBC. Grundsätzlich können wir sagen, es hat sich nicht viel verändert. Es hat sich nicht viel verändert. Guckt das Video auf jeden Fall gerne hier auf meinem Channel von, von ein paar Tagen, wo wir uns genau um das Crafting kümmern. Unendlich Packs, Free Packs eben zum Footies Event. Ob es Team 1 ist, Team 2, dann Team 3, in der Zukunft Team 4. Es ist, äh, nämlich Tode, die sich bewahrt hat, ach, guck dir das an, 90er und 92er, das ist der Win, wenn du 4 zur Auswahl hast. Da kann einer, oder wie jetzt hier in dem Fall 2, Special-Karten einfach am Start sein. Und hier auch wieder, Dembélé, die anderen 3 Picks waren lost, Dembélé rettet, 86er. Nächste 86er-Karte mit Chan. Und er wird gleich hier so viele Player-Picks wieder haben, äh, Duplikator, sorry, dass er sich davon, jetzt kommt's, durch die, in die Tauschvergänge reingehen kann. Und sich dadurch auch wieder weiteres Futter holt. Non-Rare-Gold und eben auch die seltenen goldenen, ja. Und allein hier jede 82er-81er gewählte Karte, ja, wie, wie es eben Arnold war, als seltener, wieder in einem von den Player-Picks. Es ist einfach so, ja. Und dann ist das, wie gesagt, eine unendliche Geschichte. Dann geht das immer weiter, dann geht das immer weiter. Also, das wird auf jeden Fall, bin ich gespannt. Wahrscheinlich kriegen wir heute über 100 Player-Picks, auf jeden Fall in mindestens, ähm, Ja, und die eine oder andere Special-Karte hat uns vielleicht auch schon angelacht. Jetzt fehlt nur noch Footies Team 2. Eine rosane Karte, irgendwas in die Richtung. Und dann sind wir, glaube ich, good to go. Dann sind wir, glaube ich, good to go. Aber, wie gesagt, wir haben auch einiges vor uns. Insofern, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, weiter geht's. Und hier, guck mal, das ist so ein typischer Pick. Da kann man sagen, okay, da hat sich tendenziell nicht gelohnt. 83er, können wir trotzdem mitarbeiten. Ob's ein Team of the Week, Recraft ist. Whatever. Hier geht er auf Non-Duplikat euer Sabal. Und jetzt könnt ihr tatsächlich noch mal ein bisschen was an Futter um die Ecke kommen. Obwohl 84er Süle reicht. Das ist eigentlich schon ein Win 84er. Hier geht er auch tendenziell auf 83er. Also auf Duplikat. Hier auch. Er hat keine Lust mehr auf Duplikat anscheinend. Alright. Bremer. Jetzt das Rating nimmt er dann doch mit. Also mal so, mal so. So nach dem Motto. Mal so, mal so. Aber wir gehen gleich in weitere Player-Picks. Also, wieder von Percy. Jetzt zweimal schon 91er von Percy. Alright. Der ja gestern als SPC kam. Und ihr seht, er hat die ganzen Special-Cards schon als Duplikat. Das heißt, er hat sie sogar schon mal in den Player-Picks-Pack gezogen. Und mit dem kannst du natürlich wunderbar in den Tauschwagen hier reingehen. Das ist traumhaft. Das ist traumhaft. Never-Ending-Story. Ich wiederhole mich. Never-Ending-Story. Gucken, was jetzt noch hinten auf der anderen Seite ist. Was da alles, wo es war. Der nächste 87er-Grade-Karte. Komm. Wieder Duplikat. Er geht wieder anstatt auf Stones auf 83er. Und hier haben wir noch zwei. Mit dem einen 86-Plus-Pick. Da bin ich mal gespannt, was der jetzt im Vergleich gibt. Direkt mal. Da bin ich sehr gespannt. Also, garantierter Walkout mit natürlich zwei Special-Cards. Aber, ja, das ist das beste Beispiel. Dann gehst du lieber auf die einen 86-Plus-Player-Picks. Wie ich es eben gesagt habe. So. Next one. 83er Orban. Jetzt haben wir hier 30 Player-Picks am Start. Und wahrscheinlich wieder einige Special-Karten mit vorhanden. Come on, ey. Oh, yes. Loft ist schick. 93er Version. So wollen wir das Ganze doch sehen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr heiß. Guck mal. Jetzt hat sie die Anleitung schon gelohnt. Du musst die ganzen anderen Picks eigentlich gar nicht öffnen. So nach dem Motto. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Und was denkt ihr tendenziell? Was haben wir? Was haben wir denn für die Footage-Card überziehen? Wahrscheinlich so ein Cheap-Beast. Parisi wieder irgendwie sowas in die Richtung. Was? Wollen wir sogar leben? So Parisi aus dem Pick können wir glaube ich nichts sagen, oder? 86er Teenie Again. Hier geht auch 85er Hernandez. Und ich frage mich, wie viel Player-Picks auch heute wieder um die Ecke gekommen, Friends. Ich war sehr gespannt. Bin ich mal sehr gespannt. So, oh my god lord. 96er. 96er Johnson. Was ist mit diesen Pixels? Die sind doch geisteskrank. Die sind einfach nur crazy. Wow. Habe ich jetzt mal ernsthaft. Was sind das denn für Picks? Oh my god lord. Oh my god lord, Friends. Ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte. Wow. Lasst mich gerne, was habt ihr in den 81er-Flappig? Schreibt es auf jeden Fall rein in die YouTube-Kommentare. Wie viel ihr gemacht habt und was euer Bestes, schrägstich schlechtes, ja gut, wahrscheinlich schrägstich 81er war, aber, ähm, wow. Also, wir reden da jedes Mal drüber. Letzige 88er-Version. Wir reden jedes Mal darüber, Freunde. Sind sie gut? Sind sie nicht gut? Jede Woche Montag. Und wir haben jetzt schon so Pappe gemacht und sie zeigen es ja immer wieder. Sie zeigen es ja immer wieder. Das Einzige, ich sag das jetzt mal ganz provokant, ähm, was ich euch empfehle, ihr müsst es auch machen. Ihr müsst es auch machen. Von nix kommt nix, ja. Ähm, also, es kommt nix vom Himmel gefallen. Fooddreh jetzt hier am Start. Ihr müsst die Playerpacks dann schon ready machen. Ihr müsst ja nicht direkt 30 machen. Macht es in 10er-Schritten, in 5er-Steps. Mach 5 ready machen, dann wieder 5, dann wieder 5, dann wieder 5. Auch völlig in Ordnung. Auch völlig in Ordnung. Oh Mann. Oh Mann, ey. Foodd. Aber es sind auch immer viele ähnliche Gesichter, die wir jetzt sehen, ne? Foodd haben wir auch schon jetzt häufig gesehen in den Picks. Uh, oh dear. Sehr gut. Mal gucken, da kann mir doch keiner sagen, dass die schlechter Tendenz jetzt sind als die 200-Player-Picks. Du merkst doch gar nicht, dass da ein Peak niedriger ist, sozusagen. Anstatt die 82 ist es jetzt ein 81er. Aber ist es dadurch jetzt schlechter? Ne. Also, finde ich nicht. Finde ich auf keinen Fall. Jetzt haben wir noch hier 4 auf dem Account, bevor wir gleich weitermachen mit dem nächsten. Ich sag noch eine Special-Karte aus den 3. Eine Special-Karte aus den 3. Komm. Yay. Last but not least hier aus den letzten beiden hier. Oh, come on. Eine. Muss dabei sein. Okay. Modric. Walkout ist schon mal dabei. Oh, da ist die Special-Karte. Es ist Riken. 87er-Version. Again. So, Freunde. Wir machen weiter mit den Picks. Witzigerweise hat er jetzt hier quasi in der Versus-Option 2 Abschluss-Player-Pick, 10 welche gemacht, der von quasi, die eben abgelaufen sind. Und 10 eben jetzt die neuen 1 Abschluss-Player-Picks. Da haben wir jetzt noch einen guten Vergleich nochmal zu den Sachen, die wir eben ange... Oder? Die wir ja, wie gesagt, jede Woche bequatschen. Es ist ja immer ein Wechsel, 2 Abschluss-Player-Pick, 1 Abschluss-Player-Pick. Und die Diskussion ist ja im vollen Gange. Und diskutiert. Ich sag mal so, Friends. Ich sag mal so. Player-Pick ist Player-Pick. Und der Player-Pick... Überlegt mal. Vor ein paar Wochen und Monaten. Ja. Ja. Tendlich eher Monaten. Haben wir uns gewünscht, dass zumindest wirklich jede Woche Montag Player-Picks kommen. Ja. Oh, holy God. Freunde. Ape die Pille. Let's go. Oh, außen 82 Plus Player-Pick. Here we go. Und jetzt sind sie da, die Player-Picks. Jetzt sind sie da, die Player-Picks. Also sollten wir einfach happy sein, dass sie da sind. Immer im Wechsel. Und dann behe ich die Pille bei 80.000 Münzen. Oh, nächste rosa Karte. Aber wieder rein, das. Also da bin ich jetzt mal... Oder ich bin mir ja fast schon sicher, dass das jetzt nicht geschlagen werden kann. Mit den 1 Abschluss-Player-Picks. Es sei denn, wir ziehen auch eine Footies-Version wieder raus. Das ist natürlich Lucky, da eine AB die Pille-Karte daraus zu ziehen. Das ist natürlich geil. Und dann einfach aus dem Halb-Pick. Oh, 6 Abschluss-Player-Picks auch mit dabei. Alright, er hat nicht so viele 1 Abschluss-Player-Picks gemacht. Sondern ein weniger. Oh mein Gott. Dann die Eumor 98-Version. Bitte was? Ja, okay. Ich glaube, ich nehme es doch zurück. Also Rating-mäßig. Ja. Sind wir hier auf jeden Fall bei der 1 Abschluss-Player-Picks jetzt um die Ecke gekommen. Boah. 97er im 92-Pick. Äh, 82-Pick. Und im 81er-Pick den Daniel Olbo. Und 9... Oh, ei, 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 ei. 6 Abschluss-Picks sieht auch gut aus. Nice one. Einfach nice. So, es geht weiter. 20 Stück am Start. Oh, ich muss gucken. Meine Stimme macht, glaube ich, gleich wieder mit, Friends. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal Outro machen. Ähm. Es sind so viele Player-Picks. Und die Leute schreiben auch rein, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Ja, Freunde, ich glaube, wir könnten unendlich weitermachen. Es ist einfach so. Es ist wie jede Woche Montag. Es ist wie jede Woche Montag. Wir könnten unendlich weitermachen. Es ist einfach so. Aber wie gesagt, man muss einfach anfangen. Player-Picks, sie sind und bleiben nice. Und eine Empfehlung auf jeden Fall. Dazu die gut gepreiste Werner-SBC heute. Also da können wir, glaube ich, kurz sagen, der Montag immer ein Win. Auch heute mal wieder sehr, sehr gut dabei. So. Die Picks haben auf jeden Fall jetzt noch nicht so gegönnt. Und es bleibt bis jetzt dabei hier auf dem Account. Gucken wir rein in die nächsten. Jawoll. Haaland. So. Gucken wir mal an. Das sieht doch gut aus. Also, Rating-mäßig kommen wir hier langsam hin. Wo wir hinwollen. Jetzt fehlt noch die Special-Karten. Haben wir noch keine Special-Karten gesehen, ne? Haben wir noch keine hier auf dem Account gesehen? Bin ich mal gespannt. Ey, was ist denn hier los? Freunde. Hier auf dem Account ist, äh... Ich weiß nicht. Hier ist Ebbe. Hier ist Tote Rose. Keine Special-Karten hier anscheinend am Stüssel. Alter, das ist schon weird. Oh yes. Come on. Jawoll. Cirque C. 88er Version. Ist da. Oh, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch. Hier auf dem Account. Und 84er. So, Parejo war jetzt eben am Start. Ihr habt es eben nicht gesehen. Ähm. Ja, aber ich merke, meine Stimme macht auf jeden Fall gleich auch nicht mehr mit. Da müssen wir auf jeden Fall gleich... Leider aufhören. Auch wenn jetzt hier... Ach du, wie many friends. Was ist denn hier los? Ihr seid doch crazy. So viele Freunde. Wir können nicht noch 200 Player-Picks machen. Das Video soll ja nicht ewig lange werden. Das wäre too much. So, Freunde. Weiter geht's. Und wir begrenzen das Ganze jetzt mal. Wir haben jetzt hier noch 45 Picks. Die machen wir noch. Und dann machen wir einen Abschluss dieses Videos. Wie gesagt, das könnten wir jetzt noch 200, 300 Player-Picks weitermachen. Es ist ja eine... Es ist ja eine Never-Ending-Story. Bombastor! Ey, Freunde. Oh my God, Lord. Bombastor einfach den auch schon. Die er auch schon hatte. Im Pick. Oh my God, Lord. Was ist denn da los? Bombastor. Da brauchst du ja gar nicht mehr weiter öffnen. Ist bei... Bitte, was? Ist nur bei... Und nicht mal 60.000 Münzen. Also, das war schon mal sehr irritiert. Sehr irritiert manchmal. So, Kanzilo war noch mit am... Oh my God. Shalai. Let's go. Oh man, Freunde. 45 Picks. Muss man nicht mal reinziehen. 45 Picks jetzt. Ach du, Himmel, ey. Es kann nur ein Win, weil... Es ist... Jetzt ist es sowieso ein Win. Vorbei, Junge. 93.000. Oh my God, Lord. Oh my... Was? 96.000. Bellingham. Als Totti. Freunde. Ich glaube, ich bin ja gerade im falschen Film. Was geht denn hier ab, Freunde? Bitte. Was? Geht. Hier. Bitte. Ab. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum die einen Abschluss-Player-Picks so beliebt sind. Also, nach dem Video definitiv noch nicht gerade weniger. Also, lasst auf jeden Fall, liebe Damen und Herren, allein für das Player-Pick-Luck. Wow. Ich bin sparlos. Ich bin gerade wirklich sparlos. Also, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich bin gerade komplett neben mir. Was ist denn hier los? Bitte. Was ist hier los? Benzema. Footies. Jetzt sind wir komplett im falschen Film. Das kann... Ich kenne auch noch was. Willst du mich verarschen? Willst du ihn? Ich bin... Benzema kostet 400... Mascarano jetzt auch noch. Hat er auch schon am Start. Willst du mich verarschen? 434.000 immer noch. Mascarano und King brauchen wir gar nicht gucken. Die sind günstiger, aber... Ey. Was? Ey. Was ist das? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich glaube, einen besseren Abschluss gibt es hier an der Stelle. Glaube ich einfach nicht. Wow. Ich bin jetzt noch 8 nach Sklorens. Also, das ist wirklich ein Win-Win. Überfühlen. Einfach ein Benzema. Es geht weiter. Wenn euch ein Wort dazu einfällt, sagt es mir gerne. Aber mir fehlt gerade jegliches Wort. Mir fehlt gerade jegliches Wort. Was das hier gerade ist. Voll üble, ob ich's haben wir jetzt gemacht. Zählt mal gerne zusammen. Aber das toppt hier gerade alles, was ich bis dato gesehen hab. Und die nächste 93er Karte. Willst du mich verarschen? Was du jetzt alles an Futter wieder regeneriert hast. Das ist ja nicht mehr von dieser Welt. Das ist ja wirklich nicht mehr von dieser Welt. Geht bitte rein. Ich muss nix mehr. Nix mehr. Aber ich gerne gar nichts mehr. So wie dieser Playboy PC sage. als dass sie sich einfach nur lohnt. Und der, der nicht reingeht, der macht auf jeden Fall einen Fehler. Der, der nicht reingeht, der macht einfach einen Fehler. Ende aus, Mickey Mouse. So sieht's aus. Unfassbar, Freunde. Unfassbar einfach. Einfach geistkrank. Unglaublich. Nennt ihr es, wie ihr es wollt. Ohne Worte. Also, was sind das für Playerpics? Wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt eine kleine Liebe da. Wir sehen uns gerne dann morgen hier an gleicher Stelle wieder. Oh, ich lasse uns das jetzt erstmal verarbeiten.